Die Katze Es war einmal, gar nicht so lange her, die Katze. Da fand ein Junge ein Kätzchen, das schlecht behandelt worden war. Der Junge wollte ja eigentlich kein Kätzchen, aber das Kätzchen wollte zu ihm. Er gab ihr Katzenfutter, aber das Kätzchen wollte lieber Menschen essen. Die Katze Und wie so oft das Kätzchen zu einer rachesuchenden Katze. Die Katze Die Katze Rache mit Krallen Die Katze Rache mit Krallen Bald in einem Kino nahe bei. Untertitelung des ZDF, 2020